Liebe Rapid-Fans, ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei euch für diese fantastische Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. Ich weiß, es waren Höhen und auch Tiefen, aber umso mehr war wirklich spürbar der Rapid-Geist, dieser unglaubliche Zusammenhalt und ich hoffe sehr, dass wir auch im kommenden Jahr wieder auf euch und eure Unterstützung zählen dürfen. Ich kann euch sagen, wir arbeiten ganz ganz mit viel Hochdruck daran, dass wir nicht nur eine großartige Geschichte bei unserem Club haben, sondern auch eine tolle Zukunft. Daher alles Gute für das neue Jahr, ganz besonders natürlich Gesundheit an euch alle und ich hoffe, wir sehen uns bald gemeinsam wieder. Alles Gute! Hallo zusammen, ich möchte mich erstmal bedanken für die überragende Stützung im Herbst und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut! Was heute wäre ein ganz kurzer Tag.